Hallo, herzlich willkommen zu eurem neuen Video in unserer Fusion Grundlagertutorial-Reihe. Und in diesem Video wollen wir uns mal anschauen, wie wir hier aus so einem extrudierter Teil ein Blechteil erstellen können und dann eine abgeleitete Zeichnung uns erstellen können. Wie das funktioniert, schauen wir uns gleich gemeinsam nach dem Intro an. So, beginnen wir mit unserer neuen Konstruktion. Und ich fange mal hier ganz einfach mit einer Skizze auf der Seiteansicht an und ziehe hier einfach mal auf meinem Passter jetzt hier ein paar Linien. So, ich mache hier mal eine gerade Linie, dann fangen wir hier mal mit dem Boger an, das heißt Maustaste gedrückt halten. Dann können wir hier einen Boger aufziehen. Das Linienwerkzeug ist ja noch aktiv und jetzt kann ich hier einfach mein Liniensegment ziehen. Und jetzt habe ich hier eine einfache Linienzug gezogen. Was jetzt wichtig ist, wenn ich das Teil jetzt dann noch in ein Blechteil umwandeln will, dann muss ich hier schon mal ein paar Biegeradien vorsehen. Ich sage jetzt einfach, ich klicke hier mal die Ecklinie an und alle Kanten sollen hier die gleiche Radie haben. Dann nehme ich mal zwei Millimeter. Und dann übernehmen wir das Ganze mit Return. Jetzt haben wir hier unsere ganze Radie mit drin, dann können wir die Skizze Fertigsteller. Die Bemaßung sei mal unerheblich. Und als nächstes Werkzeug wählen wir dann die Extrusion aus. So ist wichtig, dass wir als Typ die dünne Extrusion nehmen, weil wir hier nur einen Linienzug haben und keine geschlossene Fläche. Also die dünne Extrusion, dann wählen wir hier mal unser Profil aus. Hat er auch gleich erkannt. So, ich möchte gerne hier dann auf der Ursprungsebene konstruieren. Deswegen sagen wir mal hier, wir wollen symmetrisch das Extrudieren. Dann ziehen wir das mal raus. Dann können wir hier noch eine Materialstärke vorgeben. Ich nehme hier jetzt so ein 1 Millimeter Blech. Was jetzt noch wichtig ist, ich habe ja hier eigentlich der Pfad. Das ist sozusagen meine Faser, auf die ich nachher biegen will. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Rohr festklemmern will, dann sollte eigentlich mein Blech oberhalb meines Pfades liegen. Deswegen schalten wir hier einfach mal um, in welche Position das gehen soll. Das heißt, ich kann, wenn ich es zum Beispiel auf die Mitte stelle, dann habe ich sozusagen die neutrale Faser gezeichnet. Ich möchte aber ein Rohr klemmer. Also geht es hier mal auf die Seite 2. Und dann sehe ich auch hier, ich habe hier mein Pfad. Und das Blechteil liegt praktisch auf dem Pfad auf. So, dann können wir das Ganze mit OK übernehmen. Und damit wir das auch besser sehen, weise ich ja noch schnell eine grüne Farbe zu, unsere Standardfarbe. Und jetzt haben wir die ganze Lasche noch mit Bohrungen versehen, damit wir dann hier entsprechend auch das festschrauben können. Also machen wir hier wieder eine neue Skizze. Ich gehe mal hier auf die Unterseite, erstelle hier mal meine Skizze. Und jetzt möchte ich gerne hier auf den zwei Flächen, zwei Bohrungen drin haben. Also einfach mal hier ran. Im Normalfall, wenn das jetzt ein richtiges Bauteil wäre, müsste man das natürlich auch sauber bemaßen. Ich mache jetzt hier nur mal kurz zwei schnelle Bohrungen rein. So, die ganze Bohrung extrudieren wir hier durch. Kriegen wir hier noch die Fläche an. So, extrudiere das mal hier in die andere Richtung. Und dann können wir hier mal sagen, probiere durch alles. In dem Fall geht es. Wenn ich jetzt die Fläche hier oben gezeichnet hätte, dann würde durch alles nicht gehen. Dann müsste ich es mit den Abständen machen. So, das haben wir okay. Wir haben hier unsere Bohrungen mit drin. Können wir natürlich auch noch hier kurz zwei Phasen mit dran machen, damit wir bei unserem abgeleiteten Bauteil oder abgewickelten Bauteilen auch was sehen. So, hier machen wir mal drei Millimeter. Und hier vorne machen wir noch kurz zwei Phasen ran, damit wir hier die Lasche irgendwo drunter schieben können. So, auch drei Millimeter. Und dann sind wir eigentlich jetzt mit unserem Blechteil schon mal soweit fertig. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch in den Blechteil umwandeln. Deswegen wechseln wir jetzt hier in den Bereich Blech. Und dann gibt es hier unter Ersteller den Befehl In Blech konvertieren. Den wählen wir jetzt mal aus. Und müssen jetzt unsere Quelle auswählen. Wir können ja einmal hier über den Körper auswählen. Oder was ich immer mache, ich wähle mir hier meine fixe Fläche an. Das muss eine ebene Fläche sein. Wähle die hier an. Habe dann jetzt hier die Dicke, die hat er automatisch erkannt. Das ist ein Millimeter. Und jetzt kann ich hier eine sogenannte Blechregel vergeben. Ich habe jetzt mal vorher so eine Blechregel Paperbox ein Millimeter erstellt. Hat auch ein Millimeter Materialstärke oder Blechdicke. Und dann habe ich hier unter der Blechregel dann verschiedene Regeln festgelegt für die Biegeradien. So, dann sagen wir OK. Jetzt haben wir hier unser Blechteil umgewandelt. Das sehen wir auch hier im Browser, dass wir ein neues Symbol haben. Blechsymbol. Und jetzt können wir sozusagen diese Lasche können wir jetzt natürlich auch abwickeln. Dann gehen wir wieder auf Ersteller. Und dann können wir uns hier eine Abwicklung erstellen. Hier müssen wir auch wieder die stationäre Fläche anwählen. Ich nehme in dem Fall wieder hier die untere Fläche. Sag dann OK. Und dann dauert es kurz. Und dann sehen wir, dass wir jetzt hier ein abgewickeltes Teil haben. Und im Augenblick bin ich jetzt hier in der Abwicklung mit drin. Wenn ich aus der Abwicklung wieder rausgehe, kann ich das mal hier umschalten, dass wir das auch sehen, dann haben wir sozusagen unser gebogenes Teil, unsere Lasche flach ausgelegt. Wenn wir hier dann die Maße festlegen in einer Zeichnung, das dann rausfräsen oder rausleisern lassen oder Wasserstrahl schneiden. Und dann die entsprechende Biegevorrichtung dann in die Form bringen. So, ich gehe mal hier aus unserer Abwicklung wieder raus. Dann wird das Teil auch wieder im gebogenen Zustand dargestellt. Und wenn ich jetzt später hier nochmal auf die Abwicklung zurückkommen möchte, habe ich die hier im Baum drin. Und dann kann ich die hier einfach wieder einschalten. Dann habe ich hier wieder die flache Seite. So, ich schalte mal die Abwicklung wieder ab. Und jetzt fällt mir ein, dass ich hier eigentlich noch mehrere Bohrungen aufbringen will und ein Langloch. Wie mache ich jetzt das? Da gehen wir auch wieder hier im Blechbereich auf den Bereich Ändern. Und dann wähle ich jetzt hier Abwickeln. Wähle das aus. Muss hier wieder mein stationäres Objekt angeben. Was immer eine, ja, eine ebene Fläche sein muss. Das heißt, wenn ich jetzt hier so ein gebogenes Blechteil habe, dann muss ich hier mindestens einen halben Millimeter oder einen Millimeter ist besser, eine ebene Fläche habe, auf der ich dann auch das Objekt fixieren kann. So, dann gehen wir das mit OK übernehmen. Und jetzt baue ich hier meine einzelne Bohrungen mit rein. Das heißt, ich gehe einfach mal hier auf die Fläche drauf, mache hier eine neue Skizze. Fange mal hier mit einem Langloch oder mit einer Nut an. So, da können wir hier mal so eine, in der Mitte machen wir mal so eine Nut mit rein. Gehen wir auf. Und dann machen wir hier noch ein paar Bohrungen mit rein. So, jetzt gibt es die Fertigsteller. Und dann, wie man immer noch eine Bohrung macht, einfach hier die einzelne Fläche auswählen. Dann die Richtung auswählen. Hier dann immer sagen, auf alles. Damit wir hier bei der Materialstärkeänderung dann später keine Probleme kriegen. So, dann haben wir das durch. Und wenn wir jetzt hier die Fläche wieder zurück falten, werden hier automatisch diese Durchbrüche auch in unser Blechteil übernommen. Vorteil ist natürlich, dass wir hier immer eine saubere rechte Kante haben. Aber so, wie es in echt auch wäre, wenn wir jetzt dann hier zum Beispiel die Bohrung des Langloch rausstanzen würden. So, wie können wir jetzt aus dem Teil noch eine Zeichnung machen? Müssen wir kurz speichern. Ich nenne es mal lasche Bohrung. Ich speichere das Ganze ab. So, und dann kann ich jetzt im Prinzip hier über die Konstruktionssagezeichnung aus Konstruktion. Oder ich schalte mir hier kurz meinen Browser mit ein. Ich habe dann hier im Browser die Konstruktion rechte Maustaste und sage hier eine neue Zeichnung erstelle. Schalte das mal wieder ab. Dann komme ich auf mein Zeichnungsblatt. Und dann müssen wir zuallererst mal hier unsere erste Ansicht definieren. Hat er irgendwie jetzt nicht geschluckt? Moment, gehen wir da nochmal raus. Machen wir das nochmal. Und dann machen wir es jetzt hier so über die Konstruktionszeichnung aus Konstruktionsersteller. Ich möchte gerne das gefaltete Modell haben. Neue Zeichnung erstelle. Mal gucken, jetzt müsste es funktionieren. Ja. Jetzt kann ich hier mal die erste Ansicht positionieren. Wenn ich die positioniert habe, wähle ich mal dann hier in der Darstellung aus. Ich versuche mal immer als erstes die Starteinstellung. Dann habe ich meistens von meiner Konstruktion hier die entsprechende Ansicht hier schon mit drin. Ich mache es gern hier, dass ich hier die geschadete Variante habe. So, dann schließen wir mal ab. Dann habe ich hier sozusagen mal so eine Orientierung von meinem Bauteil. und ich gehe jetzt hier nochmal drauf, sage dann wieder hier erstelle eine neue Erstansicht. Erstelle dann jetzt hier wieder einfach mal meinen Teil rein. Und jetzt ist wichtig, ich habe jetzt hier die Darstellung. Und jetzt kann ich hier die Abwicklung auswählen. Und dann wird automatisch jetzt hier meine Abwicklung reingesetzt. Die machen wir mal noch farblos und ich mache es ja mal gleich größer. 2 zu 1. Sagt dann OK. Und habe jetzt hier entsprechend meine Abwicklung, die ich natürlich auch ganz gezielt bemaßen kann. Ja, so funktioniert es mit Blechteilen aus dem Volumenkörper und mit der entsprechenden Zeichnungersteller. Und viel Spaß beim Ausprobieren und beim Nachbauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video.